Hallo und zurück bei The Secret of Monkey Island. Und vorab möchte ich mich ein ganz klein wenig für so die ein oder andere Tonqualität in der einen oder anderen der letzten zwei Folgen entschuldigen. Da hat das Mikrofon zwischendurch ein klein wenig übersteuert. Da sind meine Emotionen mit mir durchgegangen und ich hatte das Mikrofon halt auf normale Sprechlautstärke eingestellt. Und wenn meine Emotionen dann einfach nur ungebändigt raus wollten, hat es da ein klein wenig übersteuert. Und ich versuche da jetzt ein bisschen drauf zu achten. Ja, genau. Falls vielleicht irgendwie jemand einen Kompressor übrig hat, den ich zwischen das Mikro und das Mischpult schalten kann, der ist natürlich als kleine Spende immer gern gesehen. Dann sollten solche Dinge nämlich nicht mehr passieren. Bis dahin werde ich ein klein wenig meine Emotionen im Zügel halten und mich da ein klein wenig bändigen. Wir schauen mal, wie gut das funktioniert. Auf jeden Fall waren wir jetzt tatsächlich hier hinten im Hintergrund, sieht man sich schon, wir sind angekommen. Wir sind, wir liegen vor Monkey Island vor Anker. Kann man das so sagen? Wir liegen vor der Insel vor Anker oder wir liegen bei Monkey Island vor Anker. Was auch immer. Untersuche Monkey Island. Wow, den hatten wir beim letzten Mal schon. Okay, wir müssen jetzt irgendwie eine Möglichkeit finden, darüber zu kommen. Ich denke mal, ein kleines Rettungsböden wird es hier nicht geben. Die Crew brauchen wir gar nicht erst versuchen zu fragen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir diese Kanone hier benutzen müssen. Ja, nee, ganz normale, ordinäre Kanone. Ist ja nicht so, als wenn wir nicht schon ein bisschen Übung hätten. Ähm, jetzt gucken wir mal ins Inventar, ob wir irgendwas brauchbares haben. Äh, Tinte, ich glaube nicht das Kanon mit Tinte. Hier haben wir einen Topf. Das haben wir beim Zirkus ja schon erfolgreich als Helm benutzt. Ähm, das werden wir gleich wahrscheinlich wieder tun. Äh, Tja, Cornflakes, Feder. Warte mal, unten, wir hatten, wir hatten noch, wir haben Inventar wieder zumachen hier. Äh, hier unten gab es doch, ähm, Schießpulver. Wo wir uns diese schöne Süppchen, ich glaube hier war das, diese schöne Süppchen mitgekocht haben. Und Schießpulver ist ja nicht nur dazu gut. Geht er da runter? Du sollst da ja auch runtergehen, du Nuss. Hier, komm, benutze Luke. Ah, geht doch. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, Schießpulver eignet sich nicht nur vortrefflich dazu, um da Suppe mit zu kochen. Sondern man kann da auch Kanonen mit bedienen. Äh, Nimmfässer. Und dann wird er sich wahrscheinlich wieder ein Stückchen von dem Schießpulver nehmen. Genau. Okidoki. Es, äh, es, äh, spricht ja eigentlich nur, äh, entspricht der Logik, wenn wir jetzt das Schießpulver... Ja, pass auf. Ähm, benutze. Schießpulver mit Kanone. Ey, ja, es gibt... What? Warum nicht? Hm. Das ist aber doof. Muss mal vielleicht hier vorne, Kanonenrohr. Ups, ich treffe immer die falschen Knöpfe hier. Ähm, benutze. Wo ist mein Inventar? Wo ist mein Inventar? Äh, mit Kanonenrohr. Aha! Okay. Da wird Wert aufs Detail gelegt. Ähm, und wenn wir jetzt einfach mal... Ne, ja, pass auf. Benutze Kanonen... Kanone, hier. Benutze Kanone. Mit Guybrush. Ne. Benutze Guybrush mit Kanone. Geht auch nicht. Der kann sich ja immer noch nicht selber anklicken. Ähm. Dann benutze mal einfach mal den Topf mit dem Guybrush, oder? Hier, benutze... Topf. So. Ich werde nur das aufsetzen, wenn ich wirklich muss. Äh, ja, und du wirklich musst. Du musst wirklich. Hm, okay. Was haben wir denn sonst noch hier? Wir haben ne, ne Feder. Pass mal auf. Ähm. Geht das auch mit dem? Ja, das geht auch mit dem. Wunderbar. Äh, Benusse. Federmid. Kanonenrohr. Mal ein bisschen Fantasiewalten. Achso. Du hast ja deinen Namen da rein. Rein inscriben. Ne, so. Guybrush was here. Und dann noch das Datum drunter, oder so. Ähm. Vielleicht mit der Kanone hier hinten. Ne, nicht gehe zu. Benutze. Feder mit Kanone. Ich habe nichts wichtiges zu schreiben. Ja, mein Gott. Was haben wir denn noch? Ähm. Schlüssel. Lesezeichen. Das Lesezeichen haben wir uns irgendwie nie angeguckt. Ähm. Wollen wir gleich immer tun. Ähm. Benutze Seil mit Kanone. Aha. Guck hier einer, schau. Das könnte ja fast eine Lunte ergeben. Wir haben quasi Lunte gerochen. Dann versuchen wir es jetzt nochmal mit dem Topf. Benutze Topf. Ja, aber du musst doch. Hm. Geh zu Lunte. Ich will nicht sagen, was speziell ist. Warte mal, hatten wir nicht irgendwo, waren wir nicht irgendwie, wir hatten doch hier irgendwie so, hatten wir nicht irgendwo ein Feuerzeug oder sowas. Ne. Das ist doof. Ähm. Kein Fire Thing. Kein Feuerzeug. Ähm. Benutze. Benutze Kanone. Komm hier mal zu hier. Ah, ich wollte doch nur es, ich wollte doch nur es Inventar zu machen. So, Benutze Kanone. Mit Guybrush hier. Nicht? Das scheint nicht zu funktionieren. Hm. Nom 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 nom. Wo kriegen wir denn jetzt Feuer her? Okay. Ne, hier wollte ich nicht hin. Ich wollte in die Küche da unten. Vielleicht haben wir irgendwas Brennbares dabei. Hier diese Cornflakeschachtel zum Beispiel. Hier ist doch loderndes Feuer. Ähm. Wo ist mein? Hier ist mein. Benutze Frühstücksflocke mit loderndes Feuer. Weil wir damit die Kanone anzünden könnten? Vielleicht? Nur so als Idee? Na gut. Will er nicht. Ähm. Vielleicht hier. Benutze. Federmit. Feuer. Oh. Er hat nicht gemeckert. Ha. Hier. Loderndes Flammenfeuer. Jetzt müssen wir uns wahrscheinlich... Jetzt ist wahrscheinlich Wettlauf mit der Zeit. Ganz schnell hoch. Und benutze Flammenmeer mit Lunte. Ähm. Äh. Schnell. Benutze Topf. Ähm. Es ist viel zu gefährlich, da zu schlafen, für keinen Grund. Ja. Ähm. Soviel zu. Ich setze den Topf nur auf, wenn ich muss. Jetzt können wir noch hoffen, dass wir den ganzen Kram da unten nochmal finden. Super. So. Ähm. So. Jetzt ist das Seil weg. Jetzt. Hier lag, glaube ich, das Seil, oder? Hier lag das Seil. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Aber ich meine, ich meine, in Monkey Island gab es keine, keine Dead Ends. Ich meine, es gab hier keine Dead Ends. Aber warum kann ich denn hier kein zweites Seil einsammeln? Hm. Und vor allem die Feder. Von der Feder hatten wir ja auch nur eine. Ah. Wir haben ja auch das Flammenbeer. Oh. Wir haben ja immer noch ein Stück Seil. Großartig. Der hat nur ein Stückchen von dem Seil genommen. Nicht alles. Okay. Das könnte unsere Rettung sein. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das Ganze ein bisschen, ein bisschen besser timen hier. Warum rennt der jetzt so einen großen Umweg? Komm, du sollst hier vorne. So. Also, jetzt versuchen wir den ganzen Spaß nochmal. Jetzt benutzen wir das Seil mit der Kanone. Cool. Dann benutzen wir das Schießpulver mit dem Kanonenrohr. Und jetzt müssen wir gucken. Jetzt benutzen wir das Loderne Flammenmeer mit der Lunte und hoffentlich schnell genug den Topf. Also. Benutze Flammenmeer mit Lunte. Benutze Topf. Komm, Junge. Heute noch. Yeah. Es funktioniert. Willkommen in Teil 3 unter Monkey Island. Unter Monkey Island? Vielleicht erst mal oben drauf auf Monkey Island. Hm. So. Genau. Wupp, wupp, wupp. Ja, komm. Steh doch mal auf hier. Was müssen wir jetzt tun, damit der aufsteht? Ah. Falscher Knopf. Das lerne ich auch noch, dass, äh, dass ich die Maus irgendwie hier im Fenster halte und dann nicht ständig rausfliegt. Ja, guten Tag. Hallo, Hermann. Ja, wir würden gerne. Ja, dann. Wir würden ja unheimlich gerne mit dir reden. Ehrlich. Ohne, ohne Blödsinn. Ja, war das ja cool. Vielleicht sollten wir erst mal unseren Kopf aus dem Sand rausholen. Aha. Geht doch. Wunderbar. So. Jetzt schauen wir uns um. Jetzt sind wir auf Monkey Island. Wir sind endlich angekommen. Und jetzt, wo wir hier sind, schauen wir mal, warte jetzt, wo alles gibt. So, guck mal hier. Stück Papier. Kann man auf jeden Fall mal gucken. Ja. Ja, ich glaube, der Tourismus hat da echt drunter gelitten. Ja, schön. Ähm, da wir uns ja quasi fast als Bewohner von Monkey Island jetzt ansehen können, weil wir sind hier ein wenig gestaubt. Oh, hier ist ein Boot. Guck mal hier. Hier ist doch eigentlich genauso ein... Das ist verrückt. Es sagt Sea Monkey. Ja, ähm, das ist wahrscheinlich das Ruderboot, das wir gerade gesucht haben, ähm, um auf die Insel zu kommen. Warte mal hier. Bonnet Angel. Ja, falls wir mal Hunger kriegen. Komm, nehm mal mit. Ähm, was geht in die Richtung hier? Geht da noch was? Ne, da geht nix mehr. Da geht nix mehr. Ach ja, und weil's so schön ist und weil wir das vor allem so lange schon nicht mehr gemacht haben, schauen wir uns doch mal Monkey Island, also wirklich nicht das Spiel Monkey Island, sondern die Insel Monkey Island in ihrem Originalglanz mit der Originalgrafik an. Ähm, also, wenn das nicht Erinnerungen weckt, schön. Einfach nur schön. Die Grafik von jetzt ist auch nicht schlecht, aber das hat Charme. Gut, zurück zur aktuellen Grafik und weiter. Wir gucken jetzt mal, ähm, wo sind wir denn jetzt? Ähm, tja. So, dann, ähm, schauen wir mal, was wir hier sonst noch so haben. Haben wir hier noch irgendwas? Also, genau, das ist der Teil, wo wir hier auf der Insel rumlaufen. Hm, okay. Tja, dann würde ich sagen, laufen wir hier mal rum. Wir sind Efken. Hm, hier ist eine Spalte. Und dann schauen wir mal, hier sind schon wieder die Geier, die warten irgendwie drauf, dass es uns gar nicht gut geht. Hier ist noch ein Strand. Der sieht doch gemütlich aus. Ah, guck mal, hier ist noch eine Notiz. Es ist printet auf Letterhead. Cool. Zu der Ghost Pirate Lechok. Wir müssen euch wieder fragen, dass ihr echte Aktivitäten in den Heiligen, Monkey Head Area. Decenten Menschen versuchen, zu schlafen. Kindlich, schau das Geräusch auf. Die Monkey Island Cannibals. Oh, oh. Kannibalen. Ich habe gesehen, dass du die Frau mit dem Skarfe nahe genommen hast. Aha. Okay, das heißt, äh... Gau mal, ob Marley ist auf jeden Fall da. Warst du in das? Du bist braver, als du siehst. Tja. Ein klein wenig. Ein klein wenig, das könnte man meinen. So, was haben wir mal hier? Wir können antworten. Wir, Kerl namens Stan, reingelegt worden. Was hat alle einfach, als ich dachte, die lassen sich mir überleihen. Ja, bist du das heißen Topferei, als ich dachte, wir sind ja großes Bierat. Das war ein kurzes Gespräch. Na gut. Zurück zur Insel. Die Insel der Inseln. Die Insel der Affen. So, was haben wir denn noch? Da geht es, glaube ich, über den Berg kommen wir nicht rüber. Da ist er auch ein bisschen langsam zu Fuß unterwegs, der Weste. Dann schauen wir da mal. Ah, guck mal. Jetzt ist er auch wieder ein bisschen flotter unterwegs. Dann schauen wir da mal, was wir hier so in der Richtung noch haben. Ja, im Dschungel ist er ein bisschen langsam unterwegs zu Fuß, der Weste. Ich bin ja mal hier oben. Oben mal hin huschen. Jetzt haben wir hier noch ein Strändchen. Ah, guck mal hier, Lichtung. In der Lichtung, in der Lichtung, da lesen wir uns eine Dichtung. Private Puberti. Na gut. Sieht sehr uneinladend aus. Sollen uns vermutlich davon abhalten, die private Puberti zu betreten. Ach, er schon wieder. Hallo, Hermann. Ja, super. Ja, super, ne? Ja, voll eindrucksvoll hier. Ja, ja, es ist ziemlich beeindruckend. Es wäre eine große Touristenattraktion. Wenn jemand das Island finden könnte. Sind Sie ein bisschen wie ein Kastor? Was sehe ich aus? Der Kastor? Äh, na ja. Man weiß es ja nicht, ne? Äh, Insel unbewohnt. Wer sind Sie mit? Wem reden Sie? Ich glaube, ich gebe es. Mit wem reden Sie da? Hallo, vierte Wand. Und auf Wiedersehen, vierte Wand. Ja, das, äh, das wäre nicht. Das wäre du. Und du. Und du auch. Und du da hinten in der Ecke. Der das hier einfach nur irgendwie minimiert. Als Radiosendung hinter irgendwelchen anderen Versteckten, äh, Fenstern versteckt laufen lässt. Du auch. Ja, so, hier ist eine Tür. Ob wir die jemals aufkriegen, weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich. Gehe zu Totempfahl, untersuche Totempfahl. Der Artist hat seinen Namen aufgenommen. Machen von Scharptooth. Hm. Das war doch der Kollege, mit dem Toothrod unterwegs war, oder? Machen von Redskull. Na, den kenne ich nicht. Na gut. Genau, wow. Grossartitsch. Gut. Okay, mal ein bisschen weiter, einen Überblick über die Insel verschaffen. Was wir hier so alles wo haben. Okay, hier ist eine Lichtung, hier ist sonst nicht mehr viel. Hier ist noch ein Strand, den man gerade eben irgendwie verpasst. Eine Flaschenpost. Cool. Angucken. Ähm, eine Untersuche Flaschenpost. Ja, wer hätte das gedacht? Es ist eine Memo. Zu Hermann Toothrod. Och. Oh, oh. Rechtsanwaltbriefe sind eh gut. Ja. Ich glaube, wir haben einen Fall hier. Ja. Wir können wahrscheinlich sie für emotionalen Distressen und möglicherweise punitive Schmerzen auch. Ja, da sind wir ja mal beruhigt. Dass wenigstens die Anwälte funktionieren. Ich glaube nicht, dass ich das Rest nicht translieren kann. Dafür müssten die Anwälte es aber auch irgendwie auf die Insel schaffen. Achso, Moment, kann man die mitnehmen? Hier, hau rein. Nimm. Ja. Ja, ich aber. Wer hat denn dich gefragt? Du bist nur ein Charakter in dem Spiel. Nimm jetzt. Jo. Ja, aber ich will die mitnehmen. Hör mal. Du bist ein Charakter in dem Spiel. Du musst tun, was ich anklicke. Hm. Nicht, dass der hinterher noch anfängt, hier einen eigenen Willen zu kriegen und so ein Späßchen. Kommt ja mal gar nicht in die Tüte. Ich bin hier der Mensch, der am Rumklicken ist. Ich treffe hier die Entscheidung. Ausgedrucktenes Flussbeck. Yeah. Auch wenn ich vielleicht im Moment die falschen oder gar keine Entscheidungen treffe. Achso, irgendwie können wir da gerade, wir sehen zwar hier, also das wird wahrscheinlich gleich noch wichtig. Aber im Moment können wir da nicht viel anklicken. Oh, guck mal, hier haben wir noch. Fällt's auf die Notiz. Lass mal auf da eine Untersuchung. Ich bin kein Geologist, aber über diese Konkoil-Frakturen, würde ich sagen, das ist ein Stück von Flinte. Oh, Feuerstein. Ob der Fred mit Vornamen heißt? Ähm, okay. Den nehmen wir einfach mal mit. Zu den Monkey Island Cannibals. Ich will nicht minde, dass Sie vor der sacreden Monkey Island, die wie meine Haus und die secreten Basis der Operation. Aber könntest du bitte refrain von messigen Sackriffeien auf meinem Porsch? Also, bitte nicht in die Monkey Head. GP LeChuck. Oh, der antwortet den sogar. Das ist ja nett. So, dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas haben. Ansonsten, ich glaube, da oben ging es vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Wenn wir hier nichts Spannendes mehr finden. Hier, Spalte. Moment, da war was. Da war was. Da. Da ist bestimmt da was. Oh, äh, guck mal hier. Da unten sind die Paddel. Jo. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt sage, nehme Paddel, wird das nicht funktionieren. Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Gut. Ähm, ich denke mal, hier kommen wir zum späteren Zeitpunkt nochmal wieder zurück. Na klar. Hallo? Gehe zu. Mal aufpassen, dass die Maus hier nicht wieder rausrutscht. Gehe zu dschungeln. Jawohl, da haben wir es. So. Ähm, gut. Ich glaube, hier gibt es jetzt nicht mehr allzu viel zu können. Dann gehen wir doch nochmal da oben. Zu der Flussgabelung. Da ging es, glaube ich, irgendwie hoch. Boah, es ist sicher sehr heiß hier. Ja, ein klein wenig, ne? Ähm, ja, dann gehen wir mal. Hier kann man bestimmt hochklettern. Da kann man bestimmt hochklettern. Tschakabum, tschakabum. Oh, noch eine Notiz. Guck mal hier. To the Monkey Island Cannibals. Please stop moving this. It is delicately balanced. Herman Toothrod. Hm. Okay. Tja. Diese delicately balanced it. Aber irgendwie, glaube ich, müssen wir da trotzdem Biskuit rumspielen. Felsbrocken. Untersuche. Felshaufen. Ah, da kommt der Toothrod. Signore Rotting Dude. In der Tat, ähm, kann ich nicht anders sagen. Schöne Aussicht. Also, die hat er hier, ne? Also, die Aussicht ist klasse. Kümmert mich wenig, ne? Kümmert schon. Und alleine, wenn man weiß. Der kann vielleicht noch nützlich werden. Also, die Aussicht ist wirklich schön. Und ich glaube, die war auch früher schön. Okay, früher könnte man, der sieht irgendwie ein bisschen gestaucht aus hier, der Kollege. Der ist ein bisschen klein geworden in dem Pixelmatsch hier. Okay, da muss ich wirklich sagen, ist die neue Grafik wirklich viel schöner. Also, man konnte damals schon erkennen, in der alten Originalgrafik, dass das hier schon richtig gemütlich und ein toller Ausguck ist. Das Schiff da drüben besteht irgendwie aus zwölf Pixeln oder so. Aber das ist wirklich schon, könnte man fast als Wallpaper nehmen. Ja, ist schön. Gefällt uns. Sind Sie hier gestrandet? Da bin Guybrush, ich will Pirat werden. Entschuldigen Sie, ich habe ein dringendes Geschirr. Ja, ich muss... Ne, wir fragen mal, ob der hier gestrandet ist. Immerhin ist er mit dem selben Schiff mal hier vor 20 Jahren angekommen, wie wir gerade. So, haben sie nicht gemacht irgendwie, ne? Ähm, vielleicht besser wie die Alternative. Ähm, drum, sind Sie ganz allein hier auf der Insel. Ah ja, dann sind wir ja beruhigt. Ja, nee, das klingt so, als wenn man von denen besser Abstand hält. So, jemand rett ein dringendes Geschirr. Was ist denn eigentlich mit seinen Hosen hier passiert? Weil die Hose, die Hose, die hängt ihm ganz schön lose. Ja, er, genau. Die ist lose, die Hose. Weil die fehlt ihm. Deswegen trägt er nur eine Rose. Ne, ich weiß nicht. Ich glaube, auf der Insel hier gibt es keine Rosen. Hier gibt es Palmen. Das ist, glaube ich, nicht das richtige Klima, bei dem Rosen gedeihen. Ähm, haben sie den Karnivalen etwas geliehen? Warum sollten wir die das, warum sollten wir ihnen das fragen? Aber wir können es einfach mal tun. Das klingt so. Als wenn wir in den großen Affenkopf reinlaufen möchten. Später, irgendwann mal. Genau, geben sie mir dann auch einfach den Schlüssel zum Kopf. Naja, wo er recht hat, hat er recht, ne? Ähm, so, komm. Hier, Butter bei die Fische. Ich bin Gyrush und ich will jemanden retten. Bist du dieser jemand? Ich bin Gyrush. Ich bin hier, um jemanden zu retten. Well, here I am. Haha, ja. Yippie. Though you might have been a bit earlier. The fine on that overdue library book should be pretty big by now. Och ja, naja. Let's go! Ähm, das ist nicht genau das, was ich meine. Ich habe hier in der Brust des Gouverneur der Melee-Islande, der von einem Gäste getötet wurde. Oh, gut. Nicht retten mich. Ich bin hier. Wir retten euch beide. Machen wir, ne? Wir nehmen euch beide mit. Wir suchen die Gouverneurin. Und wenn wir sie haben, nehmen wir dich auch mit. Klar, machen wir auch. Holen wir alles. Genau, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen, ähm... Ja. Ähm, was kommen wir denn hier, ähm, hier in den Felshaufen wollten wir gerade. Ach so, da sieht er nichts Besonderes. Und hier den Felsbrocken. Ja, warum nicht, ne? Kann man den nehmen? Nee, kann man nicht nehmen. Kann man von den Steinen hier welchen nehmen? Nee, kann man den benutzen? Benutze Felsbrocken mit Guybrush. Hm. Was können wir denn noch? Was können wir denn? Wir können mal, was können wir denn? Gib Felsbrocken, öffne... Oh ja, öffne Felsbrocken. Das ist so richtig schön sinnfrei. Das probier mal einfach mal aus. Vielleicht ist ja was drin. Okay, das habe ich mir irgendwie fast gedacht. Obwohl, in diesem Spiel ist echt alles möglich. Rede mit Felsbrocken. Vielleicht ist das ein verdingstes hier... Wie heißt das? Wenn die so tun, sie wären was anderes. Ein getarntes, genau. Ein getarntes Tier. Hallo? Rede mit. Achso, bei Rede mit kann ich den Felsbrocken schon gar nicht mehr anklicken. Super. Tremlich. Weil in diesem Spiel ist echt alles möglich. Schiebe Felsbrocken. Ups. Das hat funktioniert. Hui. Nein. Nein, nicht. Ähm. Ups. Ja, Ups ist vielleicht genau... das richtige Wort. Ähm. Okay. Wir gehen mal ganz vorsichtig wieder zurück. Vielleicht hat es ja keiner gesehen. Wenn du es keinem erzählst. Und du da hinten auch nicht. Und du da, der das hier immer noch irgendwie minimiert in die Taskleiste hinter allen anderen Fenstern als Radiosendung laufen lässt. Wenn du das auch niemandem erzählst. Oder du hast es ja eh nicht gesehen. Ich erzähl's auch keinem. Ähm. So. Hier haben wir noch ne Notiz. Mr. Toothrot. Please remove this dangerous object. Lemonhead knocked a rock onto it from the cliff above and nearly injured someone who is putting up a swing on the banana tree on the south beach. The cannibals. Vielleicht kann man da irgendwie... Hm. Vielleicht kann man da noch irgendwas anderes mit abschießen. Pass mal auf. Wir machen mal hier so ein bisschen random. Wir, ähm... Versuchen das Ganze mal ein bisschen... Was hab ich gemacht? Hab ich ziehen jemanden? Ich weiß es dir auch nicht mehr. Ähm. Ja. Keine Ahnung. Ich hab jetzt mal ein bisschen random. Vielleicht treffen wir mal irgendwas. Irgendwas Spannendes. Vielleicht treffen wir irgendwie eine verbuddelte Kiste und die geht dann auf. Und... Achso. Jetzt müssen wir irgendwie wieder so einen Stein passen. Kann man jetzt irgendwie hier sagen? Ähm. Nimm Felshaufen. Genau. Den gesamten... Den kompletten Felshaufen nehmen wir uns direkt und schmeißen die alle auf einmal runter. I'll just put it here. Ich glaub wenn ich jetzt tatsächlich... Wenn ich selber so in echt, in real auf dieser Insel... Ich glaub ich würde die da einfach alle der Reihe nach einem nach dem anderen oder alle auf einmal... Alle auf einmal nacheinander runterschmeißen. Ähm. Dann schubsen wir denen hier. Schubse, Felsbrocken und jetzt gucken wir mal was passiert. Ich mein in unser Schiff können wir nicht mehr treffen. Unser Schiff ist schon untergegangen. Ich hab auch das Gefühl, dass das irgendwie noch... Das wird noch... Äh. What? Okay. Cool. Joa. Warum auch nicht? Ähm. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass das noch Konsequenzen haben wird. Ähm. Wir können das dann rausreden mit... Ja. Ihr wolltet ja nicht mit auf die Insel. Ihr habt gemeutert. Mal gucken was aus unserer Crew da geworden ist. Ähm. Okay. Genug des Spökes hier. Ähm. Wie kommen wir denn hier wieder runter? Ähm. Ja. Wie kommen wir denn hier... Wo sind wir überhaupt hergekommen? Vielleicht sollte ich mir irgendwie Karten malen oder so. Wo sind wir denn hergekommen? Wo ist denn jetzt hier... Ohne dass mir die Maus wieder aus dem... Aus dem Ding ist... Ah hier. Guck mal. Weg nach unten. Da ist er doch den... Den Handstoch hier sucht. Den Handstoch hier sucht. So. Äh. Hier. Untersuche. Damm. Ja. Ist ja nichts Besonderes dran, ne? Kann man den schieben, ziehen, drücken? Guck mal hier. Ähm. Nimm Damm. Nimm Damm. Ach schade. Ähm. Schiebe. Damm. Ziehe. Damm. Hörner dem nicht. Mein Gott. Wann versuch wert. Dann schauen wir uns mal weiter um. Was haben wir denn hier noch? So ein bisschen was muss es doch hier noch zu finden geben. Taka taka. So. Hier haben wir noch einen Strand. Da waren wir aber schon. Ähm. Äffchen. Äffchen. Strand. Was sind da oben? Ah, guck mal hier. Stück Papier. Ach ne, das Stück Papier haben wir schon. Hier sind noch mehr Bananen. Komm, wir sammeln mal noch ein paar von den Bananen ein hier. Nehmen Bananen. Ähm. Wir müssen sie schon abgeschossen haben hier. Ähm. Und dann schauen wir mal. Da hinten ist wieder der Dschungel. Wenn wir hier jetzt ein Lager, hier so ein Camp aufbauen, dann haben wir ein Dschungelcamp. Ey, lieber nicht. Lieber nicht. Wir wollen ein klein wenig Niveau in diesem Spiel behalten. Wir müssen da kein Dschungelcamp bauen. Ähm. Was haben wir denn hier oben? Wollen wir da vielleicht noch irgendwie? Irgendwie bin ich jetzt gerade ein bisschen hier auf verlorenen Posten. So ein bisschen erinnere ich mich noch an meine, mein Playthrough aus vergangenen Tagen. Aber so einiges hat sich dann auch irgendwie im Laufe der Zeit aus meinem Gedächtnis raus entschwunden. Tja. Wir könnten jetzt noch ein bisschen wahllos hier durch die Gegend rennen. So, jetzt kann man auf den Strand hier vielleicht irgendwie noch hingehen. Ne. Och, komm, Kollege. Lauf schneller. Lauf, Forrest. Lauf. Äh, ich meine, Guybrush. Lauf, Guybrush. Lauf. Na, jetzt gibt da plötzlich Gas. Ach so, hier machen wir das schon. 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 Warum ist der denn jetzt schon wieder so langsam? Ich will doch gucken, ob wir hier oben noch irgendwas Interessantes haben. Ob wir vielleicht irgendwas übersehen haben. Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben irgendetwas haben wir übersehen. Irgendetwas haben wir übersehen. Und genau das fehlt uns jetzt nämlich. Äh, dumm nur, dass ich keine Ahnung habe. Was das sein könnte. Was könnte es nur sein? Ich weiß es nicht. Aber wir werden es finden. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Die Insel ist ja nun nicht so groß. Ähm, wir werden das schon irgendwie finden, werden wir das hier. Mh, mh, mh. Tja, dumm, 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 ausgedrücktes Fluss. Hier muss noch irgendwas sein. Irgendwas, irgendwas ist hier noch. Wir gehen noch mal eben ganz kurz hier hoch. Aber ich glaube, hier war auch nur, hier war eine Lichtung. Ansonsten ist da auch nichts mehr. Hier muss ja irgendwas sein. Irgendwas haben wir übersehen. Hilf mir doch mal jemand. Kann nicht mal eben jemand hier irgendwie in irgendeinem Chat kommen, den ich aus irgendeinem Grund gerade sehe. Und mir sagen, was ich hier gerade irgendwie massivst am Verpassen bin. Was haben wir denn? Vielleicht ist hier noch irgendwas? Vielleicht suchen wir mal so ein bisschen den Strand ab. Vielleicht findet sich hier noch ein Moment. Geh zu Dschungel. Hier ist immer nur Dschungel, 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 Dschungel. Dann kommen wir ja wieder, dann kommen wir wieder zu der Karte zurück. So, dann kommen wir ja wieder zu der Karte zurück. Aber da kommen wir ja gerade her. Riesiger, genau, hierzu riesiger Felsen. Ja, super. Dann sind wir wieder hier. So, wir sind mal auf Affe. Hier muss ja noch irgendwas sein. Hier haben wir eine Spalte. Da waren wir schon. Da liegen die Paddel. Die werden wir uns wahrscheinlich auch noch irgendwann holen. So, ansonsten ist hier der Strand. Und hier ist sonst irgendwie... Hm. Also irgendwie bin ich gerade mit massivsten Scheuklappen gestraft hier. Le Guybrush. Okay, der ist da. Soll ich einfach mal den ganzen Bildschirm hier wieder mit der Maus abfahren? Das ist wahrscheinlich wieder so ein Ein-Pixel-Ding. So, Flussgabelung, Guybrush. Das ist doch irgendwie wieder so ein Ein-Pixel-Ding hier. Da muss man genau wissen, wo der Pixel ist. Ansonsten ist nämlich Bech gehabt angesagt. Teich. Hochköns. Hier haben wir zumindest schon mal ein bisschen was gefunden, ne? Hier ist noch eine Notiz. Hermann. Bitte zurückkehren unsere Kugel zu der Monke-Head. Die Cannibals. Ja. So, das mit dem Kollegen hier. Oh je. Super. Ja, der sieht ziemlich übel aus, der Kollege. Na gut. Ähm, wir haben hier dringend die Geschäfte zu erledigen. Wir müssen nämlich gucken, was für so alles... Ja, ich auch. Jo. Ähm, was haben wir denn hier? Hängende Leiche. Komm, der hat ein Seil in der Hand. Das ist schon mal gut. Kann man das nehmen? Nimm Seil. Warum nicht? Das hängt da rum. Ich glaube nicht, dass der sich beschwert. Komm, nimm. Das scheint nicht zu funktionieren. Ach, Mann. Nimm hängende Leiche. Ja, ich hätte jetzt irgendwie mit irgendwas gerecht, wie... Gut, ähm... Hilft uns auch noch nicht weiter. Ich bin gerade ein klein wenig ratlos. Das kommt davon, wenn mir keiner zur Hilfe hier ist, ja, ne? Ähm... Tö. Tö, 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 tö. Hm. Tja, ähm, sorry, Leute. Also irgendwie, ich bin ja gerade echt, ähm, am Verzweifeln fast. Will ja jetzt auch nicht hier irgendwie stundenlang einfach nur sinnlos in der Gegend rumlaufen. Da hat ja auch keiner was von. Moment. Warte, was? Nee, da war nix. Ähm, da hat ja auch keiner was von. Ähm. Wir gucken mal. Wir gucken mal, ist das irgendwas? Irgendwas ist hier noch. Irgendwas ist hier noch. Oh, Moment, hier war... Ach, guck da! Da ist noch. Mein Gott. Das hat aber jetzt lange gedauert. Das war eine schwierige Uhr. Ja, das macht ja nix, wenn der Pfad hier aufhört. Okay, wir sind zurück auf dem Weg. Ähm, hoffe ich zumindest. Ähm, ich hab mich vorhin ja bei der hängenden Leiche auch noch ein bisschen gefreut und dann war da nix. Aber wir haben hier zumindest schon mal ein paar Sachen, die wir aufsahmen können. Guck mal. Nehmen wir. Nehmen wir. Nehmen wir auch. Also, schade. Warum nicht? Ähm. Was haben wir hier? Steine? Ne. Es ist rustig. Naja, macht ja nix, ne? Weiß ich nicht. Haben wir noch unser Gunnpuder hier? Ne, wir haben keinen Gunnpuder, ne? Ähm. Hier, benutze Seilen mit Kanone und dann... Wo ist denn jetzt in, wenn hier Benutzer... Ähm. Ähm, ähm, ne Schiebe, Banane, drücke, spreche. Hier, öffne. Ne, nicht die Banane. Obwohl, doch, hier, öffne Banane. It doesn't seem to open. Naja. Also, jeder von uns, der schon mal ne Banane gegessen hat, weiß ganz genau, die Dinger gehen auf. Das geht schon. Das kann man machen. Ähm. Was haben wir denn noch? Äh, hier, benutze Kanone. Wir probieren uns einfach mal alles durch. Irgendwas muss ja hier gehen. Schiebe-Kanone. Oh. Hui. Das hat funktioniert. Äh. Ist ja auch wie seine... Seine Frohnung oder sowas hier. Genau so war das. Genau so war das. Ich sag dir das. Genau so war das. Äh, hier, ich hab einen Affen weggehen sehen. Der war das. Ja. Ach. Na gut. Sorry, wir haben jetzt hier echt, ähm... Aber pass mal auf, wir räumen nett, wie wir sind. Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Ähm, wir räumen aber auf. Ja, wir haben hier so einen Unfug machen. Hallo? Nimm. Ich hab' gar nicht genug. So. Okay. Dann, äh, hier, nimm... Nimm La Kügel. So. Ähm, was jetzt? Ja, schade. Das hatte ich mich so gefreut, dass es hier total weiter geht. Und irgendwie, ähm... Sind wir jetzt da, wo wir am Anfang auch waren? Obwohl, nicht ganz. Äh, nicht ganz. Wir haben jetzt immerhin, wir haben hier so Schießpulver und so einen Spaß. Was können wir denn mit dem Schießpulver jetzt anmachen, äh, anfangen? Ähm, hier ausgetrocknetes Flussbett. Da ist ja noch nicht so viel los bei dem Kollegen da hinten. Der ist, äh... Oh, der hängt da so rum, ne? Wollen wir mal hier gucken. Wir könnten ja mal versuchen, pass mal auf. Ähm, da erinnere ich mich, glaube ich, irgendwie noch so ein bisschen dunkel dran. Ähm, irgendwie muss man den, den, den Fluss... Da ist ja ausgetrocknetes Flussbett. Ich meine, solche Sachen... Äh, das ist halt bei diesen Spielen klassisch. Alles, was irgendwie ist, hat einen Grund. Ansonsten wäre es nicht. Also muss dieses ausgetrocknete Flussbett... Wissen wir mal, wir versuchen diesen Damm mal wegzusprengen. Ich meine, da erinnere ich mich irgendwie noch dunkel dran, dass da sowas war. Ähm, nö, 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 nö. Benutze... Scheißpulver, äh, Schießpulver mit Damm. Und wir hatten doch vorhin hier genau... Äh, das passt, ne, hier lag der Feuerstein. Ähm, das macht Sinn. Benutze, Kanonakugel? Nee, wo ist denn der Feuerstein? Wir hatten doch vorhin... Hä? Ah, hier, Benutze, Feuerstein. Mit... Schießpulver. Ähm. Ähm. Moment, die Kanonenkugel ist aus... Dingens, ne? Ähm, ähm, benutze den... Ja, nein, Moment. Ach, da bist du doch schon wieder... Hier, Benutze, Feuerstein mit Kanonenkugel. Ja, haha. Ich würde sagen, das hat funktioniert. Lass rein. Dann können wir jetzt mal gucken. Der lag ja hier so, ähm, so ein Holz-Dingsbums in dem See. Ja, großartig. Großartig. Guckst du hier. Alles mitnehmen. Hier, Seil nehmen. Ähm. Ungesund aus... Ja, ungesund aussehender Mann. So könnte man das formulieren. Deck. Den möchte er natürlich immer noch nicht mitnehmen. Okay, haben wir hier, ähm, das Ding hier, das ist... Kann man... Kann man hier noch irgendwas einklicken? Ist hier noch irgendwas? Ah. Wird schwierig. Aber, Moment. Was haben wir denn jetzt? Jetzt lass uns mal... Bestand... Achso, jetzt kann ich... Hier kann ich natürlich nicht ins Inventar gehen. Dann gehen wir noch mal ganz kurz zum Teich zurück. Und machen mal so ein bisschen Bestandaufnahme. Also, wir haben jetzt zwei Seile, wir haben eine Kanonenkugel, wir haben ein Fernrohr, wir haben jede Menge Bananen, wir haben einen Feuerstein, der aussieht wie, äh, ein Stück ranzige Butter. Wir haben einen Haufen Nemos. Was war das nochmal? Ach, das waren die Dinger, genau. Ja gut, zu spät. Da haben wir unser eigentlich Schiff mit versenkt. Ähm, ich würde sagen, Bullseye. Da haben wir voll getroffen. Ja, haben wir doch alles schon. Wisst mal doch. Ja, dankeschön. Ähm, schön. Ähm. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So genau wollte ich doch gar nicht wissen. Mano. Ja, dankeschön. Ja. Ach, Mann. Ah, ich glaube, jetzt haben wir es. Jetzt, ähm, können wir nochmal ein bisschen, äh, okay. Merke, Notiz an mich selber, hier, da nicht nochmal draufklicken. Brauchen wir nicht. So, dann haben wir hier, ähm, Logbuch. Genau, ich wollte mir auch mal hier irgendwie diesen, die, ähm, wo ist denn, wir hatten doch vorhin noch so ein, so ein Lese, so ein Lesezeichen ist weg. Wieso ist das Lesezeichen weg? Das haben wir doch gar nicht benutzt. Naja, egal. Ähm, mit den beiden, oh, Moment, vielleicht können wir uns, ah, ich drücke hier immer den falschen Knopf. Ich wollte nur das Inventar zumachen und drücke dann immer auf Escape. Ähm, man möge es mir verzeihen. Ähm, wir könnten, wir könnten mal versuchen jetzt, ähm, mit den ganzen Seilen da runter zu klettern. Zu den Padils. Hier wollen wir noch so ein paar Padils. So, ähm, Inventar, Aktionsliste, Venusse, Seil, mit starkes Ast. Alles klar, läuft. So, und dann, weiter, ähm, also mal, also hier, da, so, äh, benutze, jetzt war ich gerade für eine Sekunde verwirrt hier, benutze mit Baumstuf. So, dann würde ich sagen, können wir jetzt einfach sagen, nimm Paddel. De Padils. Grossartisch. Deilomatisch. So. Ähm, was ist hier? Das sieht aus wie eine Höhle. Komm mal hier. Ach, komm schon. Und der geht doch. Tülili. Ja, okay, ich glaube, wir hängen jetzt gerade hier so ein, ja, ist sehr gut, okay. Ich glaube, wir hängen hier in der Endlosschleife. Das heißt, wir gehen mal wieder hoch. Ähm, vorne am Strand war ein Paddelboot. Und jetzt, wo wir Padels haben, können wir mit dem Paddelboot ein bisschen paddelen gehen, weil ich meine, mich zu erinnern, dass wir auf die andere Seite der Insel müssen. Und dann versuchen wir das einfach mal. Benutze Padels mit Paddelboot. So, benutze Padels mit Paddelboot. Yippie, man kann's kaum glauben. So. Jetzt könnten wir theoretisch zu unserem Schiff schwimmen, das es nicht mehr gibt. Na, nicht wirklich. Aber das Schiff gibt's ja eh nicht mehr. Hm. Untergegehtes Schiff. Oh, guck mal, und auf einmal gibt der Junge hier richtig Vollgas. Yeah. Da hat er den Turbo-Boost gefunden. Na, komm schon. Also, irgendwie. Jetzt ist er wieder so ein bisschen. Komm, Guybrush, du schaffst es. Mach mal Turbo hier, so wie gerade eben. Komm. Vielleicht müssen wir ein bisschen singen. Hier, wir sind doch jetzt auf See, ne? Auf See singt man doch immer hier so Lieder. So, row, 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 you go gently down the stream. Merrily, 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 merrily. Life is but a dream. Darf ich jetzt wahrscheinlich nicht zu viel von weiter singen, sonst kommt wieder YouTube mit seinem Content-ID-Check. Und sagt immer, yeah, du bist, äh, du bist, äh, du bist total bekannte Musik, ähm, wir müssen dich mal ausdingsen hier. Ähm, ja, was ist das? Ähm, ähm, auszensieren? Oh, hier, Zettel. Zettel, immer gut, haben wir noch nicht genug von. Okay, das hat er uns erzählt, ne? H.T. Ähm, H.T. Wells. Ne, das war H.G. Wells. Ähm, ja, da hat er uns davon erzählt. Der hat den ja irgendwie, hat er den, hier hat er den, ne? So, was haben wir denn hier? Ähm, Dorf, nix, 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 nix. Geh mal ins Dorf. So, warte mal hier, das sieht alles schon, uiuiui, weiter Totenköppe hier. Sind die Köppe erstmal tot, fließt da auch kein Blut mehr rot. Muss ja mal gesagt werden, ne? So, ja. Oh, guck mal hier, wieder Zeug zum Mitnehmen. Obstschale, geil. Nimm Obstschale. Alles, was ich will, sind diese Bananen. Die andere Frucht sieht ein bisschen nach ihren Prümen. Hm, die Tür scheint, dass sie geschlossen ist. Es ist ein leckeres Hütte. Oh, du sagst nicht. Ja, irgendwie hab ich gedacht, hier wär... Hi! Party! Oh, ich freu mich, euch hier zu sehen. Nein, 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 ich mein, das ist ne Banane in meiner Tasche. Hm, so. So, wie sehen Sie die lustig aus, die Jungs? Ja, ich glaub, die seien in der alten Grafik, wir switchen gleich mal um auf die alte Grafik, da seien die nämlich gleich auch schon ziemlich lustig aus. So, was haben wir zu unserer Verteidigung, die haben natürlich, äh, irgendwie haben die hier volle Möhre mitgekriegt, dass wir uns ne Banane genommen haben. Ähm, hätten wir doch besser nur die Möhre genommen, aber da lag, glaub ich, keine Möhre und den Rest wollte er auch nicht. Ähm, äh, hier, esst mich nicht, ich bin ein mächtiger Pirat, ich gebe euch alles, dann kocht mich halt, macht mir nix aus. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Ähm, andererseits, mächtiger Pirat, das ist denen, glaub ich, auch egal, vielleicht schmecken mächtige Piraten einfach nur umso besser. Und wir sind hier auf der Affeninsel, pass auf, nee, wir versuchen das, hier, hinter dir, ein dreiköpfiger Affe, da, hier! Hey, wart ihr, ihr habt geguckt? Na gut, ähm, ich bin ein mächtiger Pi. Äh, äh, ja, nee, ist klar. Ähm, da ist wirklich ein dreiköpfiger Affe. Ha, im Ernst jetzt, im Ernst jetzt, aber da ist einer, ich seh ihn, sieh, siehst du ihn auch, guckst du, hier, da, ne, da unten, leicht rechts. Und jetzt ist ja auch noch eine Banner, hier, da, 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 hier, geh zu, dreiköpfiger Affe. Ähm, uiuiuiuiui, jetzt wollen die irgendwas von uns. Ähm... 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 Ähm, ich kann euch den dreiköpfigen Affe da empfehlen. So, jetzt haben wir hier ein dezentes, ähm, hier, guck mal, hier ist noch eine Notiz, die schauen wir uns mal immer an. Ach, na ja. Wollen wir alles nicht so ernst nehmen, ne? Ähm, haben wir hier Schädel, alles mal einsacken erstmal hier. Nehmen, nehmen, nehmen. Nimm, nimm noch mehr. Hier, nimm. Warte, warte, warte. Hier, los. Uh. Großartig. Ich wollte eigentlich nur erstmal alles einsacken hier. Nein, danke. Sie haben immer noch ein bisschen Fleisch an ihnen. Naja, gut, denn, ähm. Hier, Bananenpflücker. Das ist doch der, der Bananenpflücker vom, vom Dingens hier. Komm mal, hier an, kann man die nehmen? Ich glaube nicht, dass ich mich selbst hängen. Das ist die Antwort. Du sollst dich ja auch nicht aufhängen, du Nuss. Ähm, aber wir könnten mal, das wäre dann, benutze, benutze Lianen auf Guybrush. Das wäre dann ein Aufhängen gewesen. Aber wir können die mal, mal ziehen. Vielleicht passiert dann irgendwas. Hier, ziehe Lianen. Ich kann es nicht aufhängen. Ich kann es nicht aufhängen. Das ist schön. Gehe zu, noch. Ja, nö, ja, ö, ja, ne, ö. Oha, die haben Pläne für uns. Das gefällt mir so gar nicht. Ja, okay, damit haben wir die, ähm, ähm, äh, die, äh, also wir sind so gerade eben entkommen, gegessen, gebraten und gedingelt, gedenkt hier, äh, gedünstet zu werden oder was auch immer. Wir haben immerhin schon mal den Bananenpflücker von Herman Toothrod gefunden. Das ist schon mal ein Erfolg. Das heißt, wir könnten, ja, wir müssen den jetzt finden. Ich meine, der rennt ja auch überall auf der Insel rum. Wir müssen nur gucken, dass wir ihn nochmal irgendwo erwischen. Und dann, äh, sind wir vielleicht der Rettung von Gouverneurin Marley schon eine ganze Ecke näher. Joa. All das nach dieser kleinen Pause. Und da stehen wir nun Gesicht zu Angesicht mit Lötschak, dem Leibhaftigen. Beim nächsten Mal werden wir alte Feinde treffen, wir werden neue Freunde treffen, wir werden alte Feinde zu neuen Freunden machen, wir werden einen Affen dressieren, außerdem verletzen wir höchstgeradige Sperrgebiete. Weiterhin werden wir uns in einer höllischen Höhle verlaufen und uns nicht allzu undurchsichtig geben. Wir haben viel vor, beim nächsten Mal von The Secret of Monkey Island. русische Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020